Ich war mir am Anfang meines beruflichen Werdegangs sehr unsicher, in welchem Bereich ich gerne Fuß fassen möchte. Die Firma Greiner hat mich in dieser Findungsphase begleitet. Im Ausbildungszentrum half man mir, durch Schnuppertage in den unterschiedlichsten Bereichen und Abteilungen für mich die perfekte, individuelle Lehrstelle zu finden. Dass ein technischer Lehrberuf so gut zu mir passt, hat mich dann selbst gewundert. Ich bin Christina und bin im zweiten Jahr meiner Ausbildung zur Kunststofftechnikerin. Es ist unvergleichlich, wie man uns Lehrlinge an die Hand nimmt, wie man uns hilft mit zusätzlichen Ausbildungsangeboten, wie zum Beispiel den wöchentlichen Fit for Future Days, uns beruflich weiterzuentwickeln. Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten wird bei der Firma Greiner großgeschrieben. So kann ich jetzt bereits Maschinenselbstständig rüsten und nach Störungen wieder anfahren. Ich hoffe in der Zukunft mein Wissen an die nächste Generation von Lehrlingen weitergeben zu können und diese genauso zu fördern, wie ich gefördert werde. Möwenschutzen. Untertitelung des ZDF, 2020